Ein hervorragender Tag im Art of Motion Filmstudio. Martina und ich haben heute um 8 Uhr morgens begonnen und jetzt ist 6 Uhr und eigentlich würden wir noch weitermachen, wenn nicht das Abendessen bald schon auf dem Tisch stehen würde. So ein fabelhafter Tag. Jeden Morgen werde ich begrüsst von Martina mit grossem Lachen, sie weiss auch gar nicht, was auf sie zukommt. Sie kommt einfach mit, macht mit, im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht nur die Kamerafrau, nein, hinter der Kamera ist eine Mathe und jede Sequenz, die ich mache, macht sie mit. Wir haben hier so eine Klasse, die wir immer für uns zwei hier so ausführen, ist absolut fabelhaft. Aber dann gibt es zwei Sachen, die sind unübertreffbar. Die eine Sache ist, Martina braucht nie eine Pause. Das liebe ich. Wir beginnen am Morgen und nonstop bis am Abend. Die Energie ist da, das Lachen ist da. Irgendwann machen wir Pause, spät. Sie weiss nicht, was ich erzähle. Ein bisschen Deutsch, more English. Und die zweite, absolut fabelhafte Sache ist das. Jede neue Sequenz, die ich mache, ist Martinas Lieblingssequenz. So, die Lieblingssequenzen, die stapeln sich jetzt langsam da bei uns im Computer. Und das motiviert mich natürlich mit einer neuen Sequenz, eine neue Lieblingssequenz zu kreieren. So, fabelhafter Tag. Ich hoffe, wenn du die Sequenzen machst, dann machen sie dir genauso viel Freude wie uns beiden. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön, ja genau. Bitteschön. 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 Vielen Dank.